Herzlich willkommen zu diesem Blender-Eye Video-Tutorial über das Bedienkonzept der Blender 3D-Benutz-Oberfläche. Als Blender 3D noch nicht den Versionsstatus 2.5 erreicht hatte, war das Bedienkonzept relativ unübersichtlich. Man konnte sich daran gewöhnen, aber im Vergleich zu heute war es einfach primitiv. Zum Vergleich, so sah die Version 2.49 noch aus. Heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Video-Tutorials, wurde frisch die Version 2.53 Beta veröffentlicht. Schauen wir uns mal an, was sich geändert hat. Neben dem schöneren Splash-Screen fällt auf, dass sich noch immer eine schwarze Konsole zusammen mit Blender öffnet. Auch wenn es die meisten reizt, dieses Fenster zu schließen, sollte man das lieber nicht tun. Denn damit wird Blender komplett beendet, ebenso wie ungespeicherte Projekte, denn Blender fragt vor dem Schließen nicht nach, sondern geht davon aus, dass der Benutzer weiß, was er tut. Doch das kleine Konsolenfenster hat durchaus seinen Sinn. Da es nützliche Informationen während der Laufzeit anzeigt, wie etwa, wohin fertige Bilder gespeichert werden. Das wäre Punkt 1, an den sich neue Benutzer erst gewöhnen müssen. Punkt 2 ist Blenders Fensterkonzept. Es gibt in Blender nämlich keins, wie es Windows-Benutzer erwarten würden. Blender arbeitet vielmehr so, dass man sich ein großes Fenster in so viele kleine Bereiche aufteilen kann, bis es keinen Sinn mehr macht. Die Standardoberfläche ist netterweise bereits in 5 Teilbereiche unterteilt, nämlich das Menü oben, die große 3D-Ansicht, die Objektliste oder der Outliner, die Einstellungen oder das Buttons-Window, und zu guter Letzt die Zeitleiste unten. Wir sind also absolut nicht an diese Standardoberfläche gebunden, sondern können hergehen und mutig unseren Arbeitsbereich nach Wunsch einteilen. Das geht im Blender, indem man mit dem Mauszeiger über diese Ecke hier fährt, die gibt es links unten auch nochmal, und einfach per Drag & Drop ein neues Fenster aufzieht. Dieses hier gehört zur 3D-Ansicht, diese Sidebar oder diese Seitenleiste, die kann man einfach ausblenden. Und jetzt können wir weiter schön unseren Bereich unterteilen, und zwar, indem wir von oben nach unten ziehen, machen wir einen neuen waagerechten Teilbereich, und indem wir von rechts nach links ziehen, machen wir einen neuen senkrechten Bereich. Ja, und das können wir natürlich jetzt fortführen. Weiter, 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 noch weiter, sogar noch weiter, Ja, jetzt geht es eigentlich nicht mehr. Ja, aber das machen wir mal wieder rückgängig, indem wir auf File, Load Factory Settings, also Werkseinstellungen zurücksetzen, wählen, und dann haben wir wieder unsere Standardoberfläche. Man sollte sich außerdem daran gewöhnen, dass Blender sehr oft mit der Tastatur bedient wird, und dass es eine große Zeitersparnis ist. Daher gilt die goldene Regel, es bleibt stets eine Hand an der Maus, und eine an der Tastatur. Daraus folgt aber auch, dass es sehr viele Tastenkombinationen gibt. Doch zum Glück sind die wichtigsten nicht so schwer. Dennoch werde ich in Zukunft als Hilfe ein kleines Programm namens OSD Hotkey benutzen, damit auch jeder sieht, welche Tasten ich drücke. Das platziere ich mal hier in die Ecke. Und man sieht schon alles, was ich drücke. Maus Middle, also mittlere Maustaste, rechte Maustaste, und ob die gedrückt wird, oder gehalten wird, wird alles angezeigt. Schauen wir uns zum Schluss noch die wichtigsten Elemente auf der Oberfläche an. Jeder Teilbereich hat eine eigene Menüzeile. Also die 3D-Ansicht hat hier unten eine Menüzeile. Und die können wir jetzt wechseln. Wir wollen jetzt hier, dass zum Beispiel der Infobereich angezeigt wird. Das ist der gleiche wie hier oben. Das heißt, hier oben wird eigentlich dieser Bereich angezeigt, nur dieses Fenster ist natürlich sinnlos. Daher wird es einfach so weit nach oben geschoben, bis wir eben nur noch die Menüzeile sehen. So. Okay. Dann geht es weiter mit dem 3D-Fensterinhalt. Dieses seitliche Fenster, habe ich schon gezeigt, das kann man einfach wegschieben. Oder man kann hier rechts auch noch ein anderes aufklappen. Das geht mit diesem kleinen Pluszeichen. Und genau. Dann hier bewegt man sich mit der mittleren Maustaste erstmal rum. Das zeige ich nochmal in einem extra Video. Aber hier in der Mitte gibt es auf jeden Fall einen Manipulator. Damit kann man unseren Würfel bewegen. Und etwas Neues ist dieser 3D-Cursor. Der ist eigentlich nicht wirklich in einem anderen 3D-Paket, so zu sehen. Der hilft uns zum Beispiel dabei, dass wir diesen 3D-Cursor als Mittelpunkt verwenden können, wenn wir zum Beispiel ein Objekt um diesen 3D-Cursor drehen wollen. Ist also ganz hilfreich, wenn man mal komplexe Modellierungsaufgaben hat. Werden wir natürlich auch noch alles sehen. Dann haben wir hier unsere komplette Szene. Da haben wir natürlich jetzt einen Würfel. Hier ist eine Lampe. Und hier ist eine Kamera. Hier links oben steht noch, welche Ansicht wir momentan haben. Wenn wir zwischen den Ansichten hin und her wechseln. Wie gesagt, das kommt in einem extra Film nochmal. Dann haben wir hier Frontal. Hier haben wir User. Hier wird uns angezeigt, ob wir autografisch oder perspektivisch haben. Ja, und hier links unten wird uns angezeigt, welches Objekt momentan selektiert ist. Wenn ich also die Kamera jetzt auswähle, dann habe ich hier die Kamera. Und wenn ich die Lampe auswähle, dann habe ich hier die Lamp. Dann gibt es natürlich noch jedes Fenster hat ein eigenes Menü. Im 3D-Fenster ist es jetzt so, da haben wir erstmal hier ein paar Möglichkeiten, unser Objekt zu bearbeiten. Und dann haben wir die Möglichkeit, die Objekt-Modi zu wechseln. Das haben wir schon gesehen beim ersten Tutorial. Eines der ersten. Der Edit-Mode zum Beispiel erlaubt uns dann, wirklich das Objekt an sich zu bearbeiten. Aber wir halten uns jetzt erstmal nicht damit auf. Hier gibt es noch die Möglichkeit, die Darstellung zu ändern. Wireframe ist halt einfach nur ein Drahtgitter-Modell. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Drehpunkt zu wählen. Wenn wir hier den 3D-Cursor jetzt wählen, dann können wir praktisch unser Objekt um diesen 3D-Cursor wählen und nicht mehr um das Objektzentrum selber. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit zu wechseln, ob wir das Objekt verschieben wollen, ob wir es drehen wollen oder ob wir es skalieren wollen. Und hier können wir auswählen, in welchem Bereich praktisch unsere Manipulationen stattfinden, ob die global, auf globaler Ebene stattfinden oder nur auf lokaler. Ja, und dann noch die einzelnen Ebenen. Wird aber nochmal später genau erklärt. So, im Buttons-Window, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, gibt es die meisten Einstellungen. Da können wir zum Beispiel wechseln oder ändern, wie unser Objekt heißt. Nicht Cube, sondern zum Beispiel Würfel. Können wir es dann umbenennen. Und die Positionsdaten nochmal verändern und so weiter. Auch dazu nochmal später mehr. Ja, die Zeitleiste zeigt unser aktuelles Bild. Also so wie man es sich eben vorstellt bei einer Zeitleiste. Ja, und das ist jetzt erstmal im Grunde so ein kurzer Überblick über die Benutzeroberfläche. Ich denke, das reicht auch erstmal in Informationen. Also jetzt nicht nur zuschauen, sondern auch selber probieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.